Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ich habe mir jetzt einen Keller angefangen, wir haben leider wenig Steine, ich habe jetzt einfach mal den häufigsten Stein genommen und ja, war recht viel zum Abbau, das täuscht. Aber ja, ich werde hier eine zweite Decke machen, damit man nicht im Keller dann das Baconholz haben muss und hier unten kommt noch der Boden rein, aber dafür brauche ich auch irgendwie so Holz oder so. Mal schauen, was ich da nehme. So, und dann werden wir auch die besten Kisten machen, weil die Kisten hier, die bringen nichts. Außerdem werde ich hier noch die Fassade anfangen. Mal schauen. Und wenn wir dann einen guten Stein haben, können wir dann auch anfangen hier um die Ecke zu bauen. Da möchte ich es gerne so ein bisschen rund haben. Je nachdem, was besser ausschaut. Und ja, dann habe ich mal die Sachen aus den Ordnern rausgenommen, die ich gerne mal benutzen möchte. Ähm, die noch nicht so schnell, weil das sind ähm, ähm, äh, Twilight Forest Biome. Das weiß ich eben nicht, dass man das einfach macht, um ähm, die anderen Sachen, Modifikationen wegzumachen. Death Forest, also Dead Forest, ähm, ist ein, glaube ich so Plenty, ähm, Biom, wo es da tote Bäume gibt. Das könnte uns auch mal Ding. Fire Swamp. Firefly Forest, Fire Swamp, das sind, das sind glaube ich zwei Ding und Flower Forest. Aber, was ich benutzen wollte, habe ich irgendwie nicht dabei. Wo ist denn das? Ich dachte, ich hätte da noch auf die Seite gelegt. Müssen wir kurz schauen. Hm. Da schon mal nicht. Ähm, wo hatten wir dann das? Mit dem, ähm, Weltgeneration Nativ. Ich weiß gar nicht, wo wir das haben. Das möchte ich mal benutzen, weil wir brauchen unbedingt viel Holz. Also, wir müssen irgendwo ungestört viel Holz abbauen können, ohne dass man es wieder anpflanzen muss, die ganze Zeit. Aber es ist nichts dabei. Ah, da. Native Biome-Kontrolle. Gut, dann haben wir es doch. Und dann machen wir Bücher. Wir brauchen Leder. Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen. Ich habe noch Squids gesammelt und die Tiere geschlachtet und so. Ähm, ja, dann auf jeden Fall ein Buch. Ähm, wie war das nochmal? Ah, mit der Seite. Stimmt. Ja, ja. Okay, dann müssen wir hier Tintenfässer machen. Tinten, ähm, Ampullen. Okay, dann gehen wir kurz schlafen. So. Dann hoffen wir, dass eigentlich die Welt gut wird, weil es ist ja immer ein Restrisiko. Ähm, genau. Wir müssen jetzt mehrere Tinten, Ampullen, genau, machen. So. Dann machen wir gleich mal die vier. Und, ja, das eine brauchen wir dann eigentlich nur für die, ähm, für das Buch. Ähm, so. Genau, stimmt. Und. Und, ähm, legen wir mal die Sachen weg, die wir nicht brauchen. So. So, ähm, Stein hier unten. Das brauchen wir noch nicht. Die Eier, äh, die Eier wieder hier oben. Und eine Steine. Ja. Ich mache gleich eine Diamant-Axte. Machen wir gleich mal eine Diamant-Axte, weil wir so viel abhauen. So. So. Und tun die anderen Sachen in die Kiste für die Dinge. So, ähm, ja, dann machen wir mal das so. Hier ist die Leder, oder? Bücher, nein. Ah, dann brauchen wir doch eine Verbindungsseite. Schade. Ähm. Ähm. Notiefe. Äh, was brauchen wir noch nicht? The First. So, jetzt. Gut. So, was guckt ist? hoffentlich auch eine Welt mit Bibliotheken wieder, haben wir ja die Auswahl dann, wenn ihr Holz warmen wollt, dann lieber eine Forst da, ja es ist eine solche Welt, cool cool, yay ja, Holz haben wir gerade nicht, wir sind Holzfällen, also schön, wir haben eine zweite Welt, wie als Farmwelt zu sagen, wie wir auf den Servern kaputt machen können und so, ah toll, 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 ja jetzt muss ich mich wieder hoch drücken oder wie, oder machen wir das hier unten, ähm, so, so, ähm, es ladet noch, machen wir schon mal das Bett bereit, ja laden, ein bisschen laden, komm, schneller laden, da oben haben wir ein Rocklag dann schnell oder so, ja, ja danke, aber, oh, wieso bist du wieder am Boden, so, ähm, so und so, nein, das ist wir mit, und, ähm, ja, wo ist das Bett, das hat sich alles nicht, ähm, also, komm schon, nicht schon wieder verlegt, das ist wahrscheinlich wegen der nativ Word-Ding, dass es einfach aufwendig ist, wo ist jetzt mein Bett, hallo, hei, 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 komm, komm sonst Monster, Monster sonst, hallo, hm, ein bisschen spacht es schon herum, aber das ist ja immer noch am Anfang einer Welt, ah je, Misskräfte, das hat sowas von schlechte Performance, zum guten Glück habe ich vier Gigabyte rein, sonst hätte ich da nicht hochstellen können, dass es besser läuft, hm, wo ist mein Bett, die haben mein Bett, die haben mein Bett geklaut, mein Bett ist weg, heb mir mein Bett, oh, zwei, Nein, da ist noch ein Schaf. Ah, hier haben wir auch den Stein, den wir brauchen. Oder? Nein, das ist Quartz, das ist ein anderer. Okay, Bett, bist du wieder da? Mein Bett ist einfach weg. Alles ist weg. Alles erschwindet. Soll ich nur früchen? Eine große Früche. Ich muss kurz raus aus der Welt. So. Haben wir wieder das Zeugs? Ja, wir haben wieder das Zeugs. Gut. Ah, je, je, je. Das hat sich wie nicht mitgemacht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Lecks zu tun hat, aber auf jeden Fall mit Schwierigkeiten beim Verstehen von Da ist die Kiste. Rohmutter machen wir halt hier rein. Und Jawohl, wir können mal hier reinlegen. Der Rest hier hin. So, dann haben wir wieder Platz und versuchen wir es nochmals. Ah, die wird. Kann ich aber jetzt bitte schlafen? Ähm, irgendwie ist das völlig bug. Oh Gott. Die Larve ist auch nice. Das ist eine neue Generation. Ich hab ne, ich, hallo? Gut, endlich. Ja, irgendwie versteht der Minecraft irgendwie das nicht. Das macht natürlich alles zu einem Klaus. Und, ähm, ja. Da ist wirklich die Lava anders. Und das passiert, wenn wir... Hä, da kommt gar kein Obsidian raus. Was ist denn das? Hm. Kann gar nicht nachschauen, aber... Ja. Irgendwer hätte es anders als Lava. Flüssiges Basalt. So, ab kurz noch ein Vapent. Ähm, Spawn. So. Und, ja. Ich möchte gehen in diese Richtung, wenn wir schon hier beim Lava sehen waren. Ja, hier zum... Ähm... zur Ebene. Das ist ein Rock-Like-Dungeon dort oben. Da müssen wir nicht hin. Aber hier ist Lava. Ach, seht mal. Schaut mal her. Oh. Coole Konstrukte aus Holz. Aus normalem Holz, oder? Viele Lava-Szenen haben wir. Ist das auch von einer World-Generation? Von einem... Von einer Modifikation? Ja, Eisenholz. Haha. Tausende Lava-Szenen. Und die anderen sehen. Die Grauen. Sieht man schon auf der Map wieder. Krass. Hier haben wir Fichten. Ja, Fichten können wir ja brauchen. Für die Westernstadt. Ich finde, das sieht schön aus mit Fichten. Ähm... Ich denke gerade nach, ob es irgendwas Besseres gibt mit den neuen Baumarten. Aber ich denke nicht. Fichten ist schon cool. Und Fichten... Ähm... Ich gebe mir auch diese Resins. Ich gebe mir auch diese Resins. Das ist Gummi-Baum. Ein Gummi-Baum. Noch ein Gummi-Baum. So, Fichten. Schön viel Fichtenholz sammeln. Am besten die kleinen Bäume. Ja, alles müssen wir ja nicht sammeln. So. So. Ja. Okay. Dann haben wir... schon mal eine Menge. Das geht so schnell mit der Diamant-Axt. So eine habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gebraucht. Aber das ist schon cool, wenn man ein gutes Ding hat. Sie ist ja noch unverzaubert. So. Ich will jetzt aber... die richtige Taste wieder auch haben. Ja. Ah. Es ist wieder... Also irgendwas stimmt hier nicht. Keine Ahnung, was das für Fail ist. Da haben wir schon wieder ein Problem. Das regt auf. Ja, das ist auch ein Rock-Like-Tonchen. Gebt mir wieder die Axt. Hallo. Ich möchte gerne wieder die Axt haben. Die haben meine Axt empfohlen. Gibt es da was? Was ist das für ein Setzling? Ja. Das war ein Zeichen-Setzling. Ähm. Okay. Meine Axt ist wieder hier. Das lag irgendwie auch. Heftig. Ähm. Okay. Dann nehme ich die Dinger nicht mehr wieder. Ähm. Brot. Tropenbaum-Setzling. Stein-Axt. Dann nehmen wir die Knochen mit, wenn wir das pflanzen müssen. So. Okay. Ähm. Heil doch mehr. Ja. Ähm. Haben wir das wieder? Blumentopf. Weg. Schwarz-Seichen-Setzling weg. Ja. Die Welt ist recht laggy. Das ist schade. Also so komisch. Ähm. Dass die Welt, äh, die alten Symbole und so nicht richtig ladet und nicht so schnell checkt. Keine Ahnung, was da los ist. Eine Bibliothek, das ist sehr gut. Wo ist der Eingang zur Bibliothek? Oh. Monster. Monster. Viele Monster. Aber. Da oben. Ich möchte aber gerne die Axt da haben. Die Axt geht immer wieder runter. Ja. Okay. Okay. Update ist du gar nicht mehr. So. Haben wir noch eine? Irgendwo ist noch eine, aber nicht hier. Also mit dem Itemwäscher geht gar nicht mehr. Was ist denn los? Gekachelte Biome. Oh, das wird schrecklich aussehen. Obelisken. Ja, das ist so nütz. Okay, Notizbuch wieder. Ähm, rote Color, dunkle Sterne. Das sind alles Sachen, die wir eigentlich nicht brauchen. Untergrund sehen ist auch unnütz. Schnelles Wetter. Oh, nein, bitte nicht. Crystal Formation. Ja, danke. Das update ist auch wieder nicht. Ja, mit der Welt ist irgendwas los. Dann machen wir es einfach hier rein. So. Hm. Ist das eine Motivifikation eigentlich, dass wir da die Atmos nicht tauschen können? Oh, je. Ja, das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Aber vielleicht braucht es auch einige Zeit noch. Da betrieben ist ein Wald. Ja. Ein normaler Wald. Hm. Schlafen wir lieber Bevor noch viele Mons kommen. So. Und Und